Für mehr Lebensqualität, die Villa GASA, Eufelmarkter von Mono Eigentum, mein Name ist Markus Gerberi. Sonntag am späteren Nachmittag. Eine grosszügige Terrasse, den Grill vorgenommen, ein Stück Fleisch gerade vorbereitet zum Grillieren, mit der Frau mit einem Glas Wein angestossen und das bei diesem atemberaubenden Panorama. Was haben wir geplant? Ein 5,5 Zimmer Einfamilienhaus mit einer grossen Fensterfront, die Richtung Thun und Hinterlack ausgerichtet ist. Bei diesem Panorama habt ihr in jedem Fall ein positives Gefühl. Dir habt Fragen zum Objekt oder wünscht eine Besichtigung auf der Parzelle? Für eure Lebensqualität stehen wir sehr gerne zur Verfügung. Villa GASA, Eufelmarkter von Wohnheigentum, mein Name ist Markus Gerberi. Ich bin der Da ist mein Schipf'm. Ich bin der Yuke. Ich bin der Yuke. Untertitelung des ZDF, 2020